Was ist das Team? Auf jeden Fall hat er ein starkes Spiel gemacht. 3-0 ist definitiv ein Ausrufezeichen. Haben ja wirklich auch sehr ordentlich gespielt. Geos hatten kaum Chancen, deswegen bin ich hoch zufrieden mit dem Leistung von meiner Mannschaft. Ja klar, er stand ganz gut, würde ich sagen. Das ganze Team war der eine, wäre auch ein Abstauber. Natürlich bin ich zufrieden, dass ich die Finger reingemacht letzte Woche, hab ich nett getroffen. Deswegen bin ich jetzt diese Woche, Gott sei Dank, meinem Ruf als Chancentod nicht gerecht geworden. Und die ganze Mannschaft hat die 2 Tore geschossen. Ich würde mal sagen, wenn wir es untermauert, es ist unser Ziel, hier den Pokal zu gewinnen. Wir haben jetzt gegen Hallenmeister Wurf der Halle geschlagert, haben wir jetzt gewonnen. Wir sind sehr schluss, wir sind ein gutes Team. Warum sollte ich jetzt sagen, ich hab Angst und es läuft nicht so weiter.